So, wo ist eigentlich der andere? Es waren doch zwei. Okay. Ach, da versteckt er sich. Ha, ha, ha. So, und... Bombenwerfexperte. Uah. Uah, warum? Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Dann gehen wir halt mal in so ein Kackloch rein. Ja, ins Loch. Dann gehen wir halt ins nächste. Oder auch nicht. Hey. Zack, bam. Und boom. Nein. Verdammt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der... Dings, der Nate ist zu dem Hingegang, hat den Splint aus der Granate rausgezogen. Von dem Gegner am Gürtel. Ha, ha. So böse. Toll. Alles klar. Ah. So, da hinten. Kommt der Gegner auch noch, oder nicht? Hat der keinen Bock diesmal? Warum nicht noch so ein zweiter Laser-Tipp irgendwo? Dreck. Pfeffer. Pfeffer. Mwoh. So, zu dem gehen wir mal runter. Wir suchen mal. Wow. Hi, hi, hi. Sully, pass doch mal auf. Oh. Hallo. Übertreck doch nicht mal. Hi, Sully. Da sind wir, Mann. Ist ja gar nicht. So, mal wieder auf das Fass. Ja, diesmal ist ich komplett gar nichts gebracht. So, und mal ein bisschen Nahkampf-Action. Du bist erledigt. Du bist tot. Ei, ei, ei. Ja, packt er mich auch noch. Aber das Kampfsystem, das haben sie schon geil gemacht. Das mit den verschiedenen Aktionen und so. Mit Ausweichen, Schlagen und wenn die mich packen, irgendwie befreien. Wo sind die Scharfschützen? Oh, nehmen wir mal die Waffe. Oh. Nehmen wir mal die Waffe. Jetzt hat er weg. So. Schön, dass ihr okay seid. Gleichfalls. So, und nu? Gut. Das ist die Wand. Okay, der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein. Und? Was sagt der gute Lawrence dazu? Gar nichts. Weiter kam er nicht. Und wir sollen es schaffen. Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet. Toll. Welche? Und ein Eingang zu was? Naja, zu einem anderen Reich. Einem Heiligtum, ähm, einer Opferstätte. Oh, das hört sich spaßig an. So, jeder befummelt mal die Wand. Hey, vielleicht um die Ecke. Ja, okay. Da war ich doch schon. Obwohl, na, hier will ich doch nicht fummeln. Nein. Geben Sie sie mir. Gut. Das Tagebuch. Warum hat der das Tagebuch? Danke. Trau niemals, Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Nein, nein, nein! Shit. Er ist weg. Was zur Hölle? Hey Charlie, bist du okay? Hä? Hä? Charlie? Was zur Hölle? Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch ist. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Hier. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Du musst mich los. Hau bloß ab. Niemand will dich anfassen, Charlie. Das ist der Hölle bei dem Fall. Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat der üble Haar los. Charlie, hör zu... Hey, alles ist gut. Hau ab! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwo hin mit. Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja? Oh nein, der Boden schmilzt. Wir können nicht bleiben. Weiter! Wie? Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Toll, wie machen wir das? Na, Charlie hat da eine Spur. Ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstab des Markiers. Oh Mann. Ohne sein Tagebuch haben wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Okay. Hermetisch. Vom griechischen Hermesras. Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charlies Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Hier geht's gut. Was ist das? Sully, hilf mir hier mal. Na los, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, schon gut, Charlie. Komm schon. Oben und unten sind beide gleich. Aha. Na bitte. Hier lang. Charlie sollte man nicht so viele Drogen nehmen. Okay, ihr geht vor. Glück kommen zu Kapitel 9. Der Mittelweg. Mittelweg. Okay. Los, komm. Alles gut. Ach komm. Ich gehe einfach hier durch, okay? Wieso machst du das? Keine Sorge, Mann. Fass mich nicht an. Alles okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Charlie. Okay, sind wir. Warte. Da oben, mach halt euch das. Geht weiter. Ich mach das. Wir leuchten dir den Weg. Komm, Kumpel, gleich geschafft. Oh, Junge, lauf. Oh Gott, ich kann nicht atmen. Scheiße, oh Gott. Ich kann nicht atmen. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Scheiße, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ganz ruhig, Junge. Nimm mal mehr von deinen Drogen, vielleicht wird's besser. Oh Gott, oh Gott. So, muss ich jetzt wieder da durchdrücken. Charlie, los, komm schon, nur noch ein. Lass mich! Jetzt, jetzt. Ei, ei, ei. Ich bleib den mir auch noch an. Ich will ihn aber nicht schlagen, ey. Muss ich denn jetzt schlagen oder immer nur ausweichen, oder? Jo, eigentlich nicht. Aua. Bam. Okay, das war ich eigentlich nicht. Ich kämpfe nicht mit dir, beruhig dich. Ja, komm schon, ich bin's, Nate. Warum beruhigst du dich nicht? Okay, ganz ruhig. Ich will... Nee. Ja, komm, Nate. Ich will nicht mit dir kuscheln. Ich... Ich... Ich kämpfe nicht mit dir, beruhig dich. Okay, du willst... Ja, ruhig dich jetzt kurz. Ganz ruhig. Okay, ganz ruhig. Ja, komm, Mann. Okay, du willst es nicht wirklich? Jolly. Ich will dir nicht mit. Oh, kann ich nicht da den dürften Schlitzer durch? Ja, hallo. Charlie! Stopp! Katta! Mann! Nicht! Nein! Was machst du? Nicht! Charlie, du erwürgst Nate! Okay, du musst zuhören. Du? Erwürgst Nate! Charlie! Du? Ah! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Komm. Komm, alles gut. Wie geht's gut? 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 Nate. 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 Es tut mir leid. Wie geht's gut? Wir sind quitt. Ah. Ah. Warte mal. Ah. Wolltest du... Ah. Wolltest du mich wirklich erschießen? Ah. Wie ein räudigen Hund. Ah. 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 Ich geh zuerst. Shit. So. Geht's ihm wieder ocht. Ah nein, noch drehe ich Sie nicht den Rücken zu. Nach dir? Und dann hältst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauch Zigarre mit Winston Churchill Seid nett, Jungs Ja, kommt schon Ihr habt's fast Na los, hauen wir ab Die suchen uns bestimmt Geht's ja nach unten So, was haben wir denn hier Schönes? Okay Jetzt wird mal ein Titel hoch Was? Nein, hab ich nicht Oh, verdammt Wir müssen herausfinden, wie wir ihn drehen können Da, die Kanäle Das sind wohl Wasserkanäle Jo Soll ich eigentlich auch grad sagen Da ist schon irgendwie sowas Dass man Wasser rein tun kann So Jetzt will er nicht drehen Okay Jetzt hier vielleicht Ichig nach Dire την Noa Die Very Nee Die Die